Ja, liebe Disturbed-Fans, ich möchte euch heute die zwei physischen Versionen des am 27. August erscheinenden Disturbed-Albums Asylum vorstellen. So sehen die beiden Versionen aus. Und ich sage euch jetzt schon mal, es ist wirklich jede Menge drin und dran. Tolle Optik und natürlich auch tolle Features. Zum einen gibt es die Standard-Version. Sie beinhaltet eine Karte. Ich mache es mal eben kurz auf. Hier die Karte, die mit einem Download-Code versehen ist. Und mit diesem Code könnt ihr exklusiv die Band-Dokumentation, die State of Disturbed, runterladen oder aber auch im Netz streamen. Und das versteht sich natürlich zum Null-Tarif. Die Deluxe Edition auf der anderen Seite beinhaltet die CD mit zwei Live-Bonus-Tracks, als auch die DVD. Auf dieser DVD finden sich die Dokumentation, die State of Disturbed und neun weitere kleine Videoclips, in denen euch die vier Jungs zeigen, wie ihr die Songs von Disturbed auf Bass und E-Gitarre nachspielen könnt. Und wenn ihr das Ganze jetzt noch auf my-artist.net bestellt, bekommt ihr on top, also obendrauf, noch exklusiv das Disturbed-Poster mit dem Gitarrentad dazu. Also Freunde, ran da und bestellen. Viel Spaß!